Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schöneberg. 2014 war ONA die Neuentdeckung einer Musikrichtung zwischen Ethno- und Popmusik. Kaum ein Jahr später und viele Auszeichnungen für das Debütalbum Reicher, kann man diese zauberhafte Künstlerin zu Recht als Königin des Ethnopop bezeichnen. Mit ihrem neuen Album Area entführt ONA auch diesmal wieder in die Welt der Fantasie und Mythen. Neben der elbischen Sprache, den wunderbaren Ethnoklängen, gibt es eine weitere und neue Klangfarbe auf diesem Album, die bei den Naturvölkern Südamerikas beheimatet ist. Dabei verzaubert ONA wieder mit ihrer zarten, klaren Stimme und ihrer eigenen Rhythmik. Ein weiteres Highlight ist sicherlich das Zerzett mit Santiano und Umf bei dem Titel So still mein Herz. Diese drei unterschiedlichen Stimmen verleihen dem Titel eine ganz besondere Tiefe und Intensität. Kein Wunder also, dass das neue ONA-Album wieder einmal mehr überrascht und man durch eine große musikalische Vielfalt begeistert wird. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben.